Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ihr seht vielleicht mein kleines Grinsen. Gestern Abend kam ja der neue Patch raus. Ihr habt das Video gestern Abend wahrscheinlich gesehen. Und ich habe dort auch eine kleine Anspielung gemacht am Ende. Und zwar habe ich Anton vor der Aufnahme des Videos gestern etwas geprankt. Und zwar, ich habe im Laufe des Runterlade-Prozesses des Updates gemerkt, ich bin schneller als Anton. Und es stand im Raum diese große Frage, da stand eine Überraschung auf Reddit in den Pre-Patch Notes. Es wird eine Big Surprise kommen. Und wir haben natürlich alle gehofft, es ist vielleicht der Orbi. Und ich war dann vor Anton im Menü. Ihr werdet jetzt das ganze lustige Gespräch auch während des Downloads sehen. Wir sind so behindert einfach, dass wir uns während des Downloads über so eine Scheiße unterhalten. Und ja, da war ich jetzt erst im Menü und dachte mir natürlich, okay, jetzt ist Anton mal so ein bisschen verarscht, Leute. Ja, was daraus geworden ist, seht ihr jetzt. Viel Spaß damit. Let's go. Ich brauche noch 10 Minuten. Und du? Ja, da steht 17. Oh. Ähm. Bei manchen Leuten, Alter, die eine schlechte Leitung haben und dann ist es auch noch überbelastet. Bei denen steht da jetzt locker vier Stunden oder so. Ja, Bigger, safe. Da stehen die schlimmsten Sachen. Bei mir ist es jetzt auch nur schnell wieder, weil ich tausendmal Pausen weiter gedrückt habe. Aber jetzt geht es auch gerade. 12 MB pro Sekunde. Was soll ich mal auch mal Pause? Bringt das was? Ja, aber ich habe das Gefühl, das könnte auch Placebo sein. Das ist einmal pausiert und weiter gedrückt. Ja, jetzt geht es wieder sofort schnell. Alter. Ja, genau. Aber das ist nicht immer so, Digga. Aber jetzt gerade bei mir geht es auch schnell. Ja, ich habe gerade 14 MB pro Sekunde. Ja, das ist... Wenn es weiter geht, geht es vier Minuten, Digga. Ja, dann... Ist ja so Barsterlack, weil ich dich noch aufs letzte Sekunde einleite. Ja, es wäre halt wieder komplett lächerlich, Digga. Oh mein Gott, Marcel. Das bringt so viel, Alter. Holy shit, es rennt. Es sprittet. Bei mir ist jetzt 5 MB pro Sekunde. Ich weiß nicht, ob ich zocken soll und drücke. Jetzt so 6, noch 3 Minuten. Zock safe, 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 Digga. Sicher? Obwohl, es sind 15 Grad bei mir, Digga. 15. 15 ist gut. Also bei 10 MB pro Sekunde bin ich zufrieden. Ja, 8 habe ich jetzt. 12. Oh, das war gut. Ja, jetzt geht es richtig schnell. 14, 18. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich muss vinkeln, ich geh kurz vinkeln, Alter, ja, 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 ja. Anton hat keine Ahnung, ich werde das Update vor ihm herunterladen, habe ich wahrscheinlich schon in der Anmoderation gesagt, ich bin gerade sehr spontan auf die Idee gekommen und er hat so ein ganz bisschen die Hoffnung, dass der Orby kommt und da wird es einen kleinen Mini-Frank geben an Anton jetzt, mal gucken. Ich bin ein Entferl, Digga. Beatbox Digga. Oh nein, es stockt gerade. Ich dachte so, wenn du auf dem Klo bist, kannst du so ein bisschen Beatbox von mir gut gebrauchen. Ich hab grad wieder pausiert und gestartet. Geht's wieder schneller. Ich bin bei... Also ich denke mal in spätestens 10 Minuten habe ich's Digga. In 10 Minuten? Also ich will nicht sagen, aber bei mir steht grad 79 Sekunden. Oh, du bist schneller Digga. Boah, jetzt ist gerade eh krank. Also jetzt gibt er nochmal komplett Gas Digga, what the fuck. Alles klar, man. Wir werden safe die ersten sein Digga, das sowieso. Ja, das wird eh lustig, man. Acht, schaffe ich wohl nicht. Verlag's dir nicht traurig. Digga... Alter, wenn ich neu starte, soll ich dann 40 in den Pro Sekunde hoch. Bei mir ist 16, 15, 14, 12, 11, 10... Nein. So Digga. Nein, jetzt macht er einen 1 MB Schritt. 0,4 MB Schritten. Ich hoffe, dass du dein Update niemals hast. Nein, das war nicht. Digga, das Ende macht er jetzt aber auch nochmal richtig slow. Okay, ich hab nichts bezahlt. Die letzten hat er mit 20. So. Ah, jetzt hab ich Copying. Bitte dauern nicht so lange, bitte. Download vorbereitet, fuck. Also ich bin runtergeladen Digga. Scheiße Digga, stradet bei mir ernst rein Digga. 0,1 MB pro Sekunde. Fuck. Digga, dieses Kopieren, das dauert länger, wirklich, als es runterladen. Es hat jetzt 4% kopiert, Anton. Alter. Bei mir ist es jetzt wieder in 30 MB Schritten, Digga. 3 Minuten noch. Das Ding ist, wenn du dann ankommst an dem Punkt, dann wird es ab da, glaube ich, dauert... Hast du eine PS4 Pro? Ne, ne? Ne, ne. Ich hoffe, deine Play sich schmilzt beim Kopieren. Digga, es kopiert so langsam 33%. Oh Marcel, das ging ganz so ultra schnell. Holy shit. 80 Sekunden. Ja, Alter. Das kopiert so langsam. Ja, das befriedigt mich. Ja, schluck. Schluck mal. 50 Sekunden, Marcel. Ja. Was denkst du, wie viele grünen Männchen werden wir im Wegener Team haben? Gar keinen. Ich war ansatzweise einem. Alter, stell dir vor, die Rakete aus dem Boden kommt nur, wenn einer eine Nuke droppt. Das wär doch mal ein geiles Feature, wenn einer eine Nuklearmaffen lobbyt, dass dann die Rakete da rausfährt. Boah, das wär... Aber das weißt du, was das Problem wär? Das funktioniert allein aus dem Grund schon nicht, dass man das nicht aussuchen kann. Das heißt, du könntest es nicht kontrollieren dann. Weil sonst, schon mal vor, du hast ne Nuklearm, willst noch eine oder willst du weiterspielen, dann kommt es trotzdem und dann geht die Merpe unter. Oder die Gegner werden nur einmal gekillt. Das wär klar. Ja, klar, nur einmal gekillt. Aber ich glaub, dass es einfach diese End-Animation von der Map sein wird. Das ist ja vielleicht die Überraschung, die wir hier reingebrischt haben. Stell dir vor, da würde einfach so stehen, so... Ähm... Bei mir hat's direkt bei 25 angefangen. Echt? Vielleicht ist ja der PS4-Pro-Bonus. Kitsching! Aber ich weiß es nicht, Digga, ich kenn mich damit auch nicht aus. Ich komm gleich, ja? Ja... Ich bin ein bisschen aufgeregt, Leute. Er tut mir auch schon ein bisschen leid, weil... Er hat gerade sogar selber vom Orbi gesprochen. Und ich werde halt dann... Ich werde es wahrscheinlich nicht so ultra lange aufrechterhalten können. Aber ich werde dann ins Spiel gehen. Ich werde vor ihm das Spiel... Zum Glück habe ich's vor ihm, obwohl wir die gleiche Leitung haben. Und dann mal gucken, was passiert. Vielleicht ist der Orbi ja wirklich da, aber das glaube ich nicht. Wie kopiert hast du? 33. Ha! Du? 75. Boah, Digga, du bist glaube ich... Ich schwöre weltweit ein, der ist. Könnt sein. Geht gar nicht schneller. Doch, wenn du... Ne, ich glaube auch... Also der... Ich glaube auch, es geht nicht schneller. Ich glaube nicht, dass man schneller runterladen kann. Nicht mal mit einer... Mit einer 2-Gigabyte-Leitung. Weil der Download einfach an sich schon begrenzt ist. Und dann habe ich auch noch einen PS4-Pro, die ist wahrscheinlich etwas schneller kopiert. Also... Schneller... Geht wahrscheinlich nicht außer auf einer Xbox One X vielleicht. Vielleicht kann die schneller runterladen. Kann ich nicht beurteilen. Aber I don't know. Ich bin mal gespannt. Ähm... Du kannst mal einfach so aus Spaß einfach mal ein Blog mal... Äh... Suchen was denn? Ja, ja, mach ich gleich. Ich hol gleich eh noch was... Was es so Neues gibt und so. Das dümmste, was man machen könnte, ist... Wären die Kopie in die Playstation neu starten. Und fängt so hier von vorne an? Von vorne. Ja... Auch schon, ja. Gott, oh Gott. Ich hab dein Playstation geht unter. Geht unter, Digga. Gibt so einen Stromausfall, Digga. Das ganze Haus geht aus. Boah, das dauert aber auch wirklich lange. Armerner Koi-Fisch, Digga. Lass mich raten, du hast gerade... 47%. Ach... 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 Du kannst ja rechnen, was ich hab. Sag mal, was ich... Was denkst du, was ich hab? 80? Ne, ich hab äh... Immer noch. Ne, ne, ich hab immer 43 oder 44 mehr. Ich hab 92 jetzt. Boah, Digga, du bist... Alter, du bist gleich im Start, Digga. Bestes Gefühl, wenn es fertig kopiert ist, man starten kann. Ja, weil das dann so schnell geht. Los! Yalla! Digga, du bist ja dieses Jahr auch schon jetzt äh... 22. Ja. Ich bin richtig auf... Warum bin ich aufgeregt, wenn ich behinder? Ja, ich war auch voll aufgeregt vorhin. Jetzt geht's langsam wieder. Ich glaub, ich lösche jetzt bei... Was krieg ich, wenn ich bei 99% lösche? Dann bist du aber nur geistbehindert. Kennst du diese... Kennst du diese Einblendung bei YouTube? Sie sind... Ich bin... Willst du mich verarschen, Digga? Das kommt von mir, Alter. Ich war der Erste, der das gemacht hat, man. Echt? Ja. Ja, das ist von mir, Digga. Ich mach das schon seit einem Jahr. Das war's wieder komplett. Das war's wirklich... Okay, das Game startet gerade. Boah, Digga, man kann Kisten kaufen. Echt jetzt? Ja, Digga, man kann Kisten kaufen. Boah, das werd ich gleich so machen. Oder zumindest, man kann hier was kaufen, Digga. Also, der Blackjack Shop ist quasi geöffnet. Ich weiß nicht, was das bedeutet, Digga. Nuketown ist ne einzelne Playlist. Das... Oh, die vorgeschlagene Playlist sogar. Oh mein Gott, oh mein Gott. Digga, es gibt Orbi, ne? Digga, das sind drei neue Streaks dabei. Nein. Digga, ich schwör bei Gott, es gibt Orbi, Digga. Es gibt Orbi. Yo, ich bin hier grad im Schnitt und man sagt nicht, ich schwör bei Gott, wenn's ein Prank ist. Woll ich nur kurz mich für entschuldigen. Weiter geht's. Nein, Marcel, ich muss aufstehen, Digga. Das kann nicht sein, Marcel. Doch, Digga, es gibt ihn wirklich. Er ist unter Strike Team direkt. Die anderen beiden Streaks kenn ich aber nicht. Bei wie viel Punkten? 1400. Nein, Marcel. Ich glaub dir das nicht, Digga. Schick mir ein Foto bei WhatsApp. Soll ich dir ein Foto schicken? Ich glaub's nicht, Digga. Alter, Marcel, ich hab komplett... ich hab Herzrasen, ne? Digga, warte mal, ich schick dir schnell ein Bild, ich schick dir ein Bild. Alter, wie kannst du so ruhig bleiben, Digga? Mir ist gar eine Träne gekommen, Marcel. Ja, Digga, warte, ich muss dir das Bild schnell machen. Ich weiß nicht, was das heißt, Digga. Deswegen muss ich, warte, ich schick dir das Bild. Die nächsten zwei Jahre sind gesichert, Digga. Digga, warte, ich bin grad zu nervös zu reden, warte. Oh mein... Warte, ich guck Twitter, Digga. Warte, 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 nein, ich schick dir ein Bild, ich schick dir ein Bild, jetzt gerade, jetzt gerade, schick ich's. Trotzdem schon mal bei CharlieMT, Digga. Jetzt guck mal, guck mal jetzt nach, guck jetzt nach, guck das Bild nach. Warte, ich guck jetzt. Nein, Marcel, Alter, ich finde sie wirklich. Guck nach, Digga. Oh mein Gott, Alter, wie geil ist das? Es ist ein Prank, Bro. Alter, Marcel, du kannst doch sowas nicht machen mit mir. Leute, guck mal, wie das Bild hier in seinem Chat aussieht, weil ich hab deine letzte Memo nicht mehr gehört. Warte, hier, guck euch das an, bitte. Mein Gott, Digga, ich hab's, ich schwör, ich hab's wirklich. Digga, Anton, jetzt mal Real Talk. Ich muss mich kurz scharf stellen. Digga, jetzt mal Real Talk. Würde ich in irgendeinem Universum auf meinem Stuhl sitzen bleiben, Digga? Wenn der Orbi da wär. Ich wär hier dreimal durch die Wohnung gerannt. Das war das einzige, was dagegen gesprochen hätte. Ich dachte mir auch, ey, das kann nicht sein, dass der einfach so ruhig bleibt. Ich kann Herzrasen bekommen. Okay, okay, Leute. Wir nehmen jetzt das Video von gestern auf, sobald Antons Update fertig ist. Also, er ist wirklich jetzt noch runter da. Wie lange brauchst du jetzt noch? Ich bin jetzt 68 Prozent. Ach, die Scheiße. Okay. Gut, Leute. Das heißt, ich hoffe, Anton ist ein bisschen drauf reingefallen wenigstens. Ich glaub, ja. Ich hab's jetzt die ganze Zeit geplant. Ich hab's schon die ganze Zeit aufgenommen. Gucken, ob ich da was Lustiges rausholen kann. Also, das Video von gestern abchecken auf unseren beiden Kanälen, Freunde. Es gibt natürlich kein Orbi. Es ist zwar auch gerade sehr enttäuschend für mich, das zu sehen, aber Newtown Playlist und so ist da. Deswegen, Leute, checkt das Video von gestern ab. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.